Das ist die Geschichte über das beste Drehbuch der Welt. EQUITAS Vor langer Zeit schrieben die Jungs von MKD Die beste Story aller Zeiten in einem Dorf in Rheinland-Pfalz. Doch plötzlich erschienen Schauspieler, Regisseure und Produzenten aus Hollywood, USA und sagten Die Jungs von MKD Schauten sich an und sagen dann FUCK YOU Die Jungs von MKD Die Jungs von MKD Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.